hallo und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge minecraft ja wir brauchen jede menge steine leute denn wir müssen jede menge korrektur arbeit machen das ist eine schöne viele steine zack da ist nix ja kommt darunter sind auch noch mal zwölf ist noch ein bisschen kohle dann das ist sehr schön so steine haben wir hier wir haben hier einmal steine mit denen können wir auch noch bauen die können wir darauf tun oder auch nicht warum steinziegel rissige steinziegel was sind das steinziegel auch noch mal steine steine so viele steine sind diesmal nicht zack zack und unter normal das passt so leute jetzt müssen wir erstmal das tor einer letzten folge haben wir angefangen zu korrigieren das hat mir nicht ganz so gefallen das müssen wir jetzt korrigieren erst mal bevor es weitergeht so da oben ist das mit ich das wollen wir das brauchen wir noch ein bisschen weiter nach da dass das mittig wird so das ist die mitte die mitte war so und wir haben gesagt zwei an jeder seite zack zack so dann brauchen wir hier auch so zack 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 das wollten wir nicht die tata den stein so und hier muss weg zack 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 z wir geramen uns jetzt mal hier hoch. Ruhig einen weg. Zack, 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 zack. So, und sind wir auf der Linie, schön. Genau, ich hatte nämlich hier auch ein bisschen was weggeramen, dass das auch passt. So und weiter. Das muss erstmal alles hier weg. Kohle können wir auch gleich mitnehmen. Zack, kommen wir schon dabei, sind wir die ganze Kohle mit. So viel Kohle haben wir auch nicht mehr. Zack, zack, zack. Hier ist noch eine. Oh, hier ist noch ein bisschen mehr. So, das war es jetzt aber auch. Zack, zack, zack. So. Wir müssen hier auch noch ein bisschen Stein wegkriegen. Oh, das war knapp. Jetzt müssen wir mal was essen, Leute. Äh. Hä? Ess ich denn? Brauche ich gar nichts essen? Okay, tun wir mal weg. So. Wir könnten den Stein machen wir da oben nochmal. Wir müssen sowieso noch eine Mauerreihe anlegen. Das muss auf jeden Fall. Äh. Okay. Leute, ich bin gerade ein bisschen still. Ihr merkt es. Zack, 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 zack. Äh. So, das kann auf jeden Fall weg. So. Wieder der falsche Knopf. Welcher war das denn? War das? Ja. Okay. Falscher Knopf gedrückt. Jetzt müssen wir aber können ja mal kurz zack, 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 zack mal von oben hier gucken. Die Mitte. Ist das sogar der mittlere? Das ist sogar der mittlere. Den machen wir auf jeden Fall noch. Die Reihe machen wir noch. Die da drüber könnten wir eigentlich auch machen. Hier. Genau. Und diese Seite müsste eigentlich auch noch sein. Da müssen wir da noch ein bisschen wegnehmen. So. Äh. Zack, zack, zack. Na. So. Und. So. Äh. Schaufel. Hier wollen wir auch noch mal ein paar Steine reinkloppen. Äh. Hier müssen wir sowieso Steine reinkloppen. Hier wollen wir auch noch mal ein paar Steine reinkloppen. Hier kommen wir auch noch? Sie geht's. So, das machen wir auch nochmal weg hier, das machen wir auch nochmal weg, zack, 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 der letzte Stein hier, so, zack, zack, zack. Muss ich selber mal gucken, das ist die Mitte, habe ich jetzt den richtigen Knopf, ich hoffe ich habe den richtigen Knopf gedrückt. So, zack, 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 zack. So, dann gehen wir kurz hier nach außen, jetzt wird es auch schon wieder dunkel. So, Leute, ich mache das hier nochmal schnell zu. Ist das jetzt so, ja, nein, Mist, aber ich gehe jetzt erstmal schnell schlafen und dann gucken wir uns mal an, was wir an dem Tor schon so weiter runter gebaut haben, wie es jetzt aussieht. Ich muss sagen, in meinem Probedingen Craveter-Modus, da konnte ich einfach mal wegfliegen, ranfliegen, da ging das leichter. So, dafür ist es ja auch ein Survival. So, jetzt schlafen wir mal schnell und dann gucken wir mal, dann gucken wir mal, ja, viele Steine habe ich noch nicht. Oh, jetzt sind wir gerade ein bisschen schnell. Ja, das sieht schon besser aus, Leute. Okay, es ist jetzt gerade alles noch dunkel, da kommt noch viel Verzierung, ich verspreche es euch. Aber erstmal haben wir das hier zugemacht. So, jetzt machen wir mal schon mal. Zack, zack, zack. So, das kommt auf jeden Fall auch noch weg. Ich hasse es einfach, ne. Ich hasse es. Und wieder hoch, wieder hochkramen. Und die Schaufel. Jetzt nehmen wir das auch nochmal gleich weg hier. Und wieder weiter hoch. Das war jetzt falsch, aber ist nicht so schlimm. Jetzt machen wir hier mal weiter. Jetzt können wir uns weiter. Moment. So, jetzt habe ich den richtigen Knopf. Zack, 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 zack. Zack. Hier werden wir ja auch noch lang bauen. Jetzt machen wir das hier mal weg. Zack, 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 zack. Und graben wir uns mal runter und dann gucken wir uns das mal kurz an. Was wir heute schafft haben, an Korrektur arbeiten. Mist, darum steht immer noch einer. Aber das sieht doch schon besser aus. Auf jeden Fall. Wir werden vielleicht nochmal da uns nochmal ein bisschen reingraben, dass das simmatisch ein bisschen aussieht. Simmatisch, ihr wisst, was ich meine. So, hier werden wir. Okay, hier haben wir zwei. Ja, was mache ich denn? Warum war es hier lang? Nein, wir hatten hier angefangen. So, zack. So, hier kommt nämlich noch so ein kleiner Vorwahl hin. Den können wir hier nochmal ein bisschen weitermachen. Zack. Wie viele Steine haben wir? Nicht mehr so viele. Sehr schön, das ist alles sowieso hier nur... Alles nur... Perde, die können wir schnell weggraben. Gut, so weit brauchen wir auch nicht. Wir machen hier nochmal. Auf der Höhe, ja gut, gestimmt, wir hatten das ja jetzt höher hier gemacht. Okay, da muss ich mal gucken, wie ich das Tor hier anpasse noch. Keine Steine mehr, okay. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, wir haben wieder viel geschafft. Ach, dieser kleine Popelpunkt da oben, da regt mich noch auf. Die machen wir noch weg. Wir beiden als nächstes, bevor wir uns weiter reingraben, hier rechts und links noch zwei Wehrgänge ziehen, dass man von rechts und links, dass wir alles verteidigen kann, falls hier mal die Bösen reinkommen. Aber wenn ihr wissen wollt, wie wir es weiterbauen, ihr wisst es, dann schaltet wir ein zu einer weiteren Let's Play Folge. Minecraft im Zwergreich. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.